Hallo, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mein Name ist Anna und in diesem Video werde ich Ihnen die ganze Wahrheit über Linux erzählen, bevor Sie dieses Produkt wirklich kaufen. Funktioniert Linux wirklich so wie in all den anderen Videos? In dieser ehrlichen Rezension habe ich auch zwei wirklich wichtige Warnungen, achten Sie also genau auf das, was ich Ihnen zu sagen habe. Das Erste, was Sie über dieses Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme wissen müssen, ist folgendes, seien Sie sehr vorsichtig mit der Website, auf der Sie Linux kaufen, denn dieses Produkt wird nur auf der offiziellen Website verkauft, und um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Website unten in der Beschreibung dieses Videos hinterlassen und in den Kommentaren angeheftet. Es ist sehr wichtig, Gewicht auf verantwortungsvolle Weise zu verlieren und damit sie nicht in Schläge fallen hat beschlossen, dies zu teilen. Was ist Linux? Funktioniert es wirklich? Linux ist eine revolutionäre, allnatürliche Ergänzung zur Gewichtsabnahme. Es wurde von Experten entwickelt und ist die Lösung für diejenigen, die versagt haben und jedes Mal frustriert waren, wenn sie versucht haben, Gewicht zu verlieren. Linux beschleunigt ihren Stoffwechsel und verlangsamt ihren Appetit, indem es die Fettverbrennung 24 Stunden am Tag ankurbelt, ohne harte Trainingseinheiten oder restriktive Diäten. Als Ergebnis werden sie Gewicht verlieren und ihr Selbstwertgefühl wird sich verbessern, sie werden in der Lage sein, Kleidung zu tragen, die ihnen nicht mehr passt, ihr Mann wird sie mit mehr Begeisterung ansehen und jeder wird ihnen sagen, wie schlank und schön sie sind. Sie werden auch eine große Verbesserung ihrer Stimmung und ihres Gemütszustands bemerken, wodurch sie mehr Energie haben, um mit ihrem Kind zu spielen und eine bessere Leistung bei der Arbeit erbringen können. Wenn sie das Fett an Bauch, Rücken, Oberschenkeln, Armen und im Gesicht schmelzen lassen, werden sie sich jung, selbstbewusst und leicht fühlen. Obwohl es viele Gewichtsverluste gibt, sind viele ein Spiel, um davon zu profitieren, verstehen sie, dass sie, um Gewicht zu verlieren, die Ursache der Fettleibigkeit behandeln müssen, und daher ist Linux wurde geschaffen, um ihnen zu helfen. Also ja, sie können diesem Produkt vertrauen. Viele Menschen haben mit den Linux-Kapseln hervorragende Ergebnisse erzielt, und auch sie können Erfolge erzielen. Sie sollten jedoch bedenken, dass jeder Körper auf einzigartige Weise reagiert. Es ist ein bisschen offensichtlich, aber ich sage es Ihnen, damit Sie Ihre Behandlung und Ihre Erwartungen realistisch einschätzen können. Linux ist ein großer Appetitzügler und hilft sehr bei Stoffwechselerkrankungen, beugt Fettleibigkeit, Diabetes und Herzerkrankungen vor. Es gibt etwas wirklich Wichtiges über dieses Produkt, das Sie wissen sollten, bevor Sie es kaufen, es besteht volles Vertrauen darin, dass Linux Ihnen helfen wird, daher ist die E-Mail auf der offiziellen Website für jede Anfrage oder Ihre Rückerstattung verfügbar. Sie können sicher sein, dass Sie Ihr Ergebnis oder Ihr Geld von dem Moment an erhalten, indem Sie Kontakt mit dem Support aufnehmen. Damit Linux funktioniert, müssen Sie die Behandlung ernst nehmen. Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlene Dosis, denn ein Zuviel kann sich negativ auf Ihr Wohlbefinden auswirken. Es ist auch wichtig, dass Sie wissen, dass das Nahrungsergänzungsmittel Linux keine Nebenwirkungen hat, da es völlig natürlich ist. Aber beeilen Sie sich jetzt! Tausende von Menschen auf der ganzen Welt entdecken, wie erstaunlich die Wirkung von Linux ist, und haben bis zu sechs Einheiten auf einmal bestellt. Um die Qualität des Produkts zu erhalten, werden jedes Jahr nur wenige Einheiten von Linux hergestellt, was bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen kann. Sie müssen schnell handeln, um es zu kaufen, bevor es ausverkauft ist. Aber denken Sie daran, das Original Linux wird nur auf der offiziellen Website verkauft, und der Link zur offiziellen Website befindet sich in der Beschreibung dieses Videos. untertitelung und mit der Beschreibung dieses Videos. Und so wird es natürlich auch kilowattrohbsbundet, wie es der Linken in der Beschreibung des Lebens oder im Absatz des Lebens. Vielen Dank.